Deine Glücksfarbe ist Dein Glückstalisman. Um Ihre Glücksfarbe herauszufinden, notieren Sie Ihr Geburtsdatum. Rechnen Sie alle Zahlen zusammen bis zu einer einstelligen Zahl. Die Zahl 1 und Geburtszahlen 1, 10, 19 und 28. Die Glücksfarbe ist rot, schenkt Mut, Entschlossenheit und Energie. Die Zahl 2 und Geburtszahl 2, 11, 20 und 29. Die Glücksfarbe ist gelb, bringt die richtigen Menschen in ihr Leben, hilft beim Aufbau der Kommunikation und Bildung eines Teams. Die Zahl 3 und Geburtszahl 3, 12, 21 und 30. Die Glücksfarbe ist grün, beruhigt Emotionen, lindert Sucht, fördert kreative Impulse. Die Zahl 4 und Geburtszahl 4, 13, 22 und 31. Die Glücksfarbe ist blau, verrät Ihren Gegnern ihren Anstand und ihre Zuverlässigkeit und wird Ihnen von deren Seite Respekt entgegenbringen. Die Zahl 5 und Geburtszahl 5, 14 und 23. Die Glücksfarbe ist orange, hilft Ihnen, sich zu konzentrieren, das Chaos zu beseitigen und Ihren Zustand auszugleichen. Die Zahl 6 und Geburtszahl 6, 15 und 24. Die Glücksfarbe ist blau, ermöglicht es Ihnen, leichter zu kommunizieren, einen Kompromiss zu finden und die Situation schneller zu entschärfen. Die Zahl 7 und Geburtszahl 7, 16 und 25. Die Glücksfarbe ist grau, hilft Ihnen, sich zu entspannen, innezuhalten und das Grübeln in sich selbst loszuwerden. Die Zahl 8 und Geburtszahl 8, 17 und 26. Die Glücksfarbe ist lila, wird dazu beitragen, neidische Menschen loszuwerden, Wohlstand und neue Möglichkeiten anzuziehen. Die Zahl 9 und Geburtszahl 9, 18 und 27. Die Glücksfarbe ist weiß, wird Ihnen helfen, Transformation leichter zu meistern, Entscheidungen mit Bedacht zu treffen und Impulsivität zu vermeiden. Ich wünsche allen ein harmonisches und erfolgreiches Leben.